hallo und herzlich willkommen ich wurde gefragt ob ich das folgende spiel nicht gerne mal vorstellen möchte witchtastic und ja ich würde es unheimlich gerne mal vorstellen mich kribbelt es quasi schon in den fingern weil das so ein bisschen ähnlich ist wie dieses eine kochspiel dessen namen ich ständig vergesse wenn ich darüber rede und mir vorher extra den namen immer angeguckt habe mit dabei ist der ep vielleicht weiß er den namen noch und das andere spiel dass das wir nicht nennen dürfen hieß camp out ja aber das war nicht ja nee also da kocht man ja nicht hier so man ja aber aber du musst auch dinge erledigen in einer gewissen zeit und ja es ist sehr ähnlich ist halt nur ein anderes thema würde ich sagen hier in dem fall ich habe hier unten links schon gesehen da steht wähle ein speicher profil und das sieht ja mal cool aus wir haben die wahl zwischen der hexe der eule der schwarzen katze eine raune nehme ich mal an und einem fliegenpilz ich nehme mal die hexe so und ich hoffe ich krieg das mit dem zusammenspiel jetzt auch hin also ich bin ein step weiter wo man praktisch die level auswählt und das wichtigste habe ich vergessen schande über mein haupt oh nein und natürlich lasse ich jetzt auch noch das kabel vom controller fallen es ist wie verhext heute aber das passt ja irgendwie zum spiel so drücke ok ich bin in der übersicht ich habe noch keine ahnung warte mal entferne spieler freunde einladen ja genau füge spieler hinzu das ist nein auf ihm muss man nein nein oh scheiße weil sonst hast du da auf einmal so ein bot spieler da drin die musste erst mal wieder raus machen ich gehe noch mal raus ja da steht nur viele spieler hinzu da habe ich gedacht ich könnte dich jetzt da ich habe eine anmerkung ich würde gern einmal mit profis spielen wollen ich würde gerne wissen moment oder ist das mit ihr abend ich habe irgendwie so eine hässliche einladung geschickt und der game player in habe ich eine einladung bekommen ja zum bloxberg wo ist denn der ep er ist noch nicht da ich tanze um den wegweiser das ist doch klar ach so das ist quasi unser erstes wo bist du du kommst ja gar nicht ich verhext dich gleich ich muss a drücken für irgendwo das ist schon mal brusten grün sehr schön kann ich nicht hüpfen ich habe nichts gemacht du hast einfach gestartet du sau ich bin oli ich werde dir helfen oh pass auf die klatscht uns gleich betrete das haus lala das war der zaun in mir im wege stand ich kann nichts machen geh jetzt zu der rezeptkontrolle merke dir die symbole über der schrift auch du gott man muss sich was merken dass das kann nichts werden hier hole ein magisches kraut aus der truhe das auch gerne dich bewegen da wollte ich nur mal gesagt haben wenn gerade das kleine probleme ich komme sofort in das schneide brett wirft das geschnittene kraut in den kessel mit oder ohne brett ohne anscheinend gut gemacht wiederhole das mit einem zweiten kraut eigentlich solltest du das mit dem zweiten kraut machen ich mache das da mal eben was soll ich jetzt machen hier ja das was wir gesagt haben merke dir die symbole in das zweite kraut nehmen das zweite kraut geht zum schneide brett so hack es klein wie geht hatten linke kontrollertasse keine ahnung und dann ist mit samt des brettes in den in den ofen wollte ich gerade nein das brett habe ich noch in der hand jetzt wohl ein paar kochschalte legt sie unter dem kessel guck mal guck mal und ich verbrenne dann alles um das kochen zu beschleunigen berühren das gebräu hol eine leere flasche aus dem regal bringe den zaubertrank jetzt zu mir geh weg ich habe den zaubertrank als einziger oh gott das wird so kompliziert wir werden uns sowas von hassen nach dieser zeit ich weiß es jetzt schon tränke können abgegeben werden oh scheiße ein rauner und blatt ein rauner und blatt ich nehme die arauner muss man ja die schon so sagt bloß keinen ton weißt du der ep nimmt sich ja einfach alles ich habe keine ahnung welches rezept wir machen so schneller du nimmst die flasche ja da gibt ab ach so wenn der kessel aber einmal dran ist dann bleibt er dran zwei blätter nein der bleibt nicht dran ja du siehst doch das set ich sag da jetzt nichts zu hier wir können das beschleunigen jetzt nimm doch schon mal das ding mann du solltest schon mal was produktives machen ich sage wir werden uns so hassen wir werden uns so hassen leute ich sag's euch jetzt schon ein rauner und blatt ein rauner liegt schon da du trottel ja das will ich nicht die hast du gebraucht ich komm mit dem brett hier nicht so jetzt mach doch mal schnell komm schnell gibt das ab gibt das ab gibt das ab jetzt mach hin und wir haben das mit ihr ist immer wenn ich tritt denen hintern immer auf so hektisch verbreiten wir haben doch ach so ich dachte wir müssen das so lange machen bis die zeit abgelaufen nein ach so was mache ich denn hier oben hallo hast du hast gerade du hast gerade den wald gepinkelt ich habe warte mal der will uns was sagen glaube ich nicht schlecht ihr scheint ein händchen für das braunen von zaubertränken zu haben seid ihr bereit für ein weiteres rezept ich kenne einige leute die eure zaubertränke dringend gebrauchen können nein ich bin nicht bereit aber wir machen weiter neun zutaten pilz pilz und schneiden schneiden konnten wir vorher doch auch und wir haben jetzt 33 zutaten jetzt müssen wir unten rein also gut aufpassen was du nimmst ich bin hier mit dem anderen gerade mal wissen noch gar nicht zwei erraunen eine ein pilz wir haben kein brett da oben ist ja ja aber nur eins ich mache auch schon mal holz rein so oh nein oh nein wo ist der pilz wo ist der pilz der pilz der pilz der ist draußen ach den musst du pflücken ja ne mitnehmen ich habe erstmal eine flasche ich mache nicht noch einen pilz ja schnell hol die fläche hol die fläche ja eine ist draußen äh warte mal ne achten pilz müssen wir auch klein oh du wolltest den jetzt ganz da rein machen weil ich den draußen gepflückt habe habe ich gedacht den können wir so da rein machen so jetzt schnell 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 und das andere sei raune und 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 blatt blatt habe ich wir brauchen die raune wo sind überhaupt die eule oh gott jetzt geht das hier noch noch schlimmer schmeiß rein und drückt die linke das so schnell 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 damit schneller geht geh dahin geh dahin ach so ja stimmt man kann ja rumholen ich muss noch einen machen glaube ich oder man muss das linke ach so es kommen immer neue warte mal raune und blatt wieder du raune ich blatt oh gott oh gott oh gott wir haben nur noch zweieinhalb minuten zeit keinen grund für panik wir haben nur keine zeit mehr holz 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 gib mir holz gib mir holz gib mir holz ja wenn er es nicht nimmt diese scheiße nimmst du meine flasche ne 1 1 flasche ich hole eine flasche die ist aber auf deiner seite außerdem brauchen wir den pilz nochmal oh hier weg damit weg damit was brauchen wir jetzt zweimal 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 raune hast du den pilz hast du drin raune komm zack 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 flasche 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 dann brauchen wir zwei blätter ein blatt ein blatt ein blatt warum wir steht noch ein blatt ja ein blatt mach ein blatt mach ein blatt nimmts nicht was ist das äh und danach auch wieder blätter okay äh hallo wirf das doch mal da rein flasche 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 äh ne blätter so zweites blatt hab ich Mist bonusrunde braue weiter um magische juwelen freizuschalten okay wir haben nur noch eine minute 13 über oder nicht ja das ist die bonusrunde wir haben die aufgabe praktisch schon erfüllt und wir haben jetzt einen bonus ja pass auf ich mach das blatt du musst schon mal äh ähm glas holen glas glas flasche 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 nicht du musst erst äh feuer ach so ja warte mach doch mal feuer oh komm 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 das schaffen wir das schaffen wir das schaffen wir schnell nimmst und rüber 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 zwei arraunen und einen pilzbraume ahhh das muss schneller gehen schalte ein juwel frei haben wir nein tu die arraune weg ich will das ding haben was anderes ja du musst die noch hacken ach alter jetzt leg das nicht immer wieder ab was machst du denn da warum hast du deinen pilz reingeworfen ja weil das ding werden soll mach jetzt so ach so okay lauf 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 du musst alles alleine machen oh ich kann mich nicht bewegen hallo ach so dürfen wir nur einen machen na wir haben drei gemacht ja wir haben doch jetzt nur eine bonusrunde gemacht aber wir haben drei diamanten bekommen weil wir drei tränke gemacht haben wir haben eine neue farbe juhu kann ich mich jetzt lila machen gameplayerin lila warte mal ich hab aber keine ahnung wie ich das machen kann also hier hin das haben wir jetzt noch nicht gemacht aber hier müssen wir hin ne bei zwei gehts weiter muss er noch irgendwas sagen ja wieso das ist nur wenn man raus will nicht nach da gehen da gehst du woanders hin also anscheinend ja wir gehen mal zum bauernhof knoblauch den müssen wir im mörser machen oh gott jetzt wird es langsam kompliziert und dann haben wir noch runde flaschen die wir machen müssen also mal schön aufs bild achten ja nö ich muss dich wieder anschreien also hör gut zu mach mal screenshots davon und druck die mal aus dann hängst du die in dein zimmer rein dann können wir mal gucken was wir machen müssen kannst du mich mal kreuzweise aha ich weiß ich nehm schon mal holz mit ich auch ja der macht links in den kessel ach ne ehrlich äh aber irgendwie will der gar nicht angehen alraune und platt am besten macht jeder seine eigenen jetzt oder ich verstehe nur nicht wieso das jetzt hier grad ach so jetzt geht das an ja aber was muss ich machen überhaupt äh ich brauche Knoblauch wo ist Knoblauch wo ist der Knoblauch äh äh bei mir oh mach das weg nein das ist explodiert bei mir das geht nicht zu zweit äh aha wieso geht das nicht zu zweit bei mir geht es doch auch man aber meine sagen mit y gedrückt halten kannst du dich schneller bewegen meine haben ein timeout was muss da rein hallo ach ich muss jedes mal jetzt neu raus oh gott nein ernsthaft oh holt ihr mich denn veräppeln hier ja ich hab das verstanden mit y äh aha dann fliege ich okay ja 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 komm 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 ich weiß ich hätte das anders machen sollen uuuu zack kann ich aber nicht machen wenn ich was in der Hand habe so wie es aussieht äh wieder zwei blätter bei mir mein gott oh mein gott oh mein gott ach ich hab wieder kein Holz kein Holz kein Holz scheiße du machst ja nur die einfachen Sachen dann hallo das ist meins würdest du mich verarschen denn Epi klaut mir hier meine Sachen du kleiner boah ey ich klau dir jetzt demnächst was nein äh ich klau betagt ich bin doch auf der Seite wo du das dann auch noch schneller hinkriegst und jetzt kriegen wir das nicht mehr fertig nur weil du mir meine Sachen hier klaust ich doch nicht würde ich doch nicht tun ey sag mal das Land dazu benutzen mhm genau mhm genau genau oh jetzt mach äh alraune und blatt ach warum liegen diese scheiß Kübel da hinten wieso ist das Feuer hier noch ähm nein das Feuer ist jetzt aus ey da fragst du einmal was weißt du wirst du mich verarschen wiii so jetzt aber komm 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 jetzt lauf 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 uh ich komm nicht mal rein schon wieder alraune und ah ey das hört sich an als ob du nebenan hier gerade was ins Wasser rein wirst das ist irgendwie geil vom Soundefekt ja bleib daneben stehen 60 Sekunden mach hin so weiter 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 ich hab kein auch willst du mich verarschen wieso hab ich jetzt kein Holz mehr also ich hab draus immer ich hab jetzt andere Taktik angewandt dass ich das Holz immer mit raus nehme äh rein nehme wenn ich da bin ich brauche ein Glas noch schnell uuuuuh los 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 ey nein ich kann nicht mehr laufen was jetzt ich wollte das nicht mehr machen uah nein dein Kessel ist explodiert ja weil ich nichts mehr machen konnte ich bin ja eingefroren worden du hast alles kaputt gemacht ja dein Kessel ist explodiert aber ich hab's kaputt gemacht ist klar natürlich natürlich aber immer mal Hallöchen sie haben wieder einen Hinweis für mich seit langer Zeit hat sich niemand mehr an das Brauen von Zaubertränken gewagt ich habe euer Talent sofort erkannt die meint mich nicht ich die Leute reißen mir eure Tränke geradezu aus den Federn ist aber schlecht dann kann ich nicht mehr fliegen und die neuen nicht mehr wegbringen so wieder eine neue Zutat ich sag jetzt schon mal ich hasse euch wer auch immer das hier erfunden hat ich hasse euch könnt ihr nicht einfach bei zwei Zutaten bleiben das ist einfacher das ist als wenn man kochen würde bei dem beim mit Sterne kochen ja mit roten Rosen du scheiße also wenn ich das richtig verstehe müssen wir den magischen Samen da rein tun in den Blumentopf damit eine Rose rauskommt genau die müssen wir dann schneiden damit wir alles rot färben mit Knoblauch auch noch ok ja rot färben und dann stinkend machen jetzt mach doch mal oh Gott wo sind denn die 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 Dings wo sind die ach da oben ok ich mach auch schon mal eine da rein ich weiß ja nicht wollen wir die brauchen so äh äh zwei Blätter brauchen wir jetzt erstmal nein wo legst du die hin sag mal ach so willst du mich verarschen scheiße das ist äh doch du musst noch Holz wo ist Holz Holz wo ist das Holz wo ist das Holz weiß ich doch nicht drauf ah wo ist das Holz ach da Moment wieso nimmt er das nicht an ich denke ich soll jetzt hackt das doch noch schneller ach ich brauche noch Blätter nein nein es ist explodiert hä es ist explodiert wo sind meine Blätter jetzt hin er ist alles weg ja warum ich hab da nur das Holz da reingemacht mehr hab ich gar nicht gemacht oh geh mir aus dem Weg hier wo ist die Flasche 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 ach nee nein wieso hat die Flasche nicht mitgenommen äh Rose und Zwiebel zweimal Hose hab ich gehackt jetzt ist äh nein äh warum kommt denn nichts raus die gehen die auch kaputt oder was ja sicher hä die und äh Holz w was war das denn ja genau so war das bei mir ja auch ach nein da kommt nur Rose und Knoblauch rein ja klar darfst du nicht sonst werde ich gepannt wieso was ist mit diesen blöden Zwiebeln los wieso kann ich die nicht benutzen das ist keine Zwiebeln das ist nur Knoblauch ach so äh ja Knoblauch aber die wird hier oben gemacht ich verstehe kannst du die Rosen mal eben unten nehmen du wolltest Rose kaufen ich kaufe Rose fertig oh äh die kannst du aber zerhacken ne ja hallo äh ich brauch Holz wir haben Holz oh was machst du ja wir brauchen Holz einen anderen Hacken ja ich hack doch schon nein hallo nimm das scheiß Holz hab schon hab schon oh scheiße du bist so schlecht oh warte ich hab alles wenn du mir aus dem Weg gehst ja dann mach da rein hab ich doch schon du hast die Flasche oder man ich rühr dochs nochmal um mach jetzt mach jetzt lauf äh wieder Rose und Knoblauch Knoblauch hab ich hier wir haben keine Rose mehr wir haben keine Rose mehr Rose kaufen Rose nix gewachsen oh nein sag das nicht dann mach doch erst das andere warum machst du nicht dieses das ist einfacher oh komm wachs wachs wir haben keine Zeit mehr oh der kocht der verkocht der verkocht der verkocht äff dich ich mach das einfach nein du machst alles kaputt nein nimm das jetzt mach 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 ich hab die Flasche ich kann nix machen jetzt muss ich doch nur daneben setzen da ist doch eine Rose so was haben wir jetzt Rose und Knoblauch den hatte ich ja schon drin hast du den Knoblauch aber wir haben keinen Holz doch ich hab unten schon gehackt schnell oh lauf man bleib doch nicht überall hängen ich rühre den Feuertrank nimm ihn nimm und flieg blau blaues blaues äh ja ja mach das explodiert gleich das kann ich dir jetzt schon mal sagen werf das jetzt einfach hier hin äh mach doch hol das hol das hol das los 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 lauf 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 oh f dich ehrlich ey zwei Sekunden hatten wir noch übrig wer hat wer ist auf diese dämliche Idee gekommen noch weitere Zutaten einzubauen da weiß man doch gar nicht mehr was man machen muss wollen denn dass du noch ein Botaniker werden musst und auch noch Sachen pflanzen musst und wart bis die fertig sind das musst du als allererstes machen damit die erstmal wachsen ey ich will dir ja nichts sagen aber wir spielen ja grad den leichten Modus ich wollte mich nach und nach vorarbeiten das kannst du dann mit anderen machen also gut was wir jetzt natürlich nicht wussten dass wir die die Bäume hacken mussten ne das äh hätte uns noch ein paar gute wertvolle Sekunden dann natürlich gebracht oh gott oh gott äh ach da ist die vier die können mich doch allem alles ich bin jetzt schon am Ende mit meinen Nerven mit so viel Zutaten jetzt musst du bestimmt noch wie Hänsel und Gretel ne wer war das nicht Hänsel und Gretel äh sondern die mit dem bösen Wolf das war Rotkäppchen musst du noch den Korb durch den Wald wahrscheinlich irgendwas pflücken oder was die Tollkirche also ich verstehe das so korrigiere mich wenn das falsch ist dass wir den ähm äh den Korb nehmen dann damit zu den äh Dings hin müssen zu den Blumen hin müssen und dann müssen wir die mit dem Mörser bearbeiten oder genau ja und dann kommen die in den Topf also eigentlich ist es eine Sammelaufgabe und ja keine Ahnung ja im Endeffekt ähnlich wie es ja eben auch gewesen ist das ist an sich ja nicht so schlimm und nicht so schwer wenn wir nicht noch 20.000 andere Zutaten gefühlt hätten aber jetzt können wir schwarz färben und nicht nur rot färben das ist doch toll wo stehen wir denn jetzt schon wieder ach ich bin das aber ich such den wo ist denn der der Korb ach da alter wo ist der Eingang ich hab das Holz schon mal reingelegt ach so was brauchen wir denn überhaupt äh äh alrauner und das mit dem Korb äh äh blatt blatt nicht alrauner blatt und das mit dem Korb äh äh tu das doch mal dahin wo ich es rein tue äh äh ja mach ja wo ist der wo ist der wo ist der äh ach so da ist noch ein Ausgang oh wollt ihr mich hier verarschen immer eine alraune mit auf dem rückweg wieso läufst du denn zu den arraunen wenn ich da hinlaufen soll ja weil ich da auch hin muss wir brauchen aber zwei Blätter achso wir bauen noch einen Pilz 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 wo sind die Pilze ich hole schon na ich hab den doch sag das doch vorher aber wir brauchen noch äh holz warte holz ich lauf unten oh god oh god oh god oh god nein ich hab holz ich hab holz hier äh äh ist alles drin hol die Flasche hol die Flasche ja mach doch mal hin ich kann ja nichts machen das ist ein wichtiger Trank da brauchen wir ein bisschen was brauchen wir sag doch mal was zwei Blätter die Blätter okay warte boah alter warte ich hab da ein Ding gebracht muss ich hier dauernd gegen irgendwas laufen bleib doch mal da drin oh ne bleib nicht da drin egal ich bin doch hier die Blätter für den Ohren ich hab das extra reingelegt oh kannst du jetzt mal das annehmen wo ich den oh danke dass du mir alles wegnimmst ehrlich ja ich hab's extra da hingelegt und du du verstehst das irgendwie nicht hol die Flasche äh ja wir brauchen nur die zwei ich hab dir den Trank geklaut zwei haben wir immerhin geschafft was ist drin was ist drin sag mir doch mal jetzt muss ich hier komplett den Weg laufen weil du nicht sagen kannst was da rein gehört hier äh ich hab die zweite Zutat ich komm gar nicht auf den Namen Blätter nein ich hab den äh ja wohl das hol die Flasche hol die Flasche hol die Flasche hol die Flasche Alraune und Blatt Alraune und Blatt Alraune und Blatt so die Alraune fehlt noch wo ist die Alraune was müssen wir ja die haben wir noch nicht du sollst dich darum kümmern man hier ach so ja ich muss ich muss damit das nicht explodiert ich hab festgestellt wenn du umrührst explodiert das auch nicht äh ok das blaue ist durch was brauchen wir für das linke äh ein Blatt ein Blatt ich hol das Blatt mach du den nach dir den Kessel äh wo ist der Korb ich hab die Leute nicht einmal benutzt Mann der ist doch noch ich hab schon was gemacht ach komm der ist fertig gemörsert schon im Mörser ja wir brauchen aber auch hier Dings das brauchen wir noch oh Gott den schaffen wir noch die Frage ist schaffen wir das danach noch ja mach 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 äh das gleiche nochmal ich weiß nicht wo wo das Ding ist ich hol das oh ich kann mich nicht bewegen ok wo zur Hölle war dieser Korb ich hab den nicht einmal gesehen den ganzen Spiel ich hab den nicht da unten hingeworfen ich wusste wo der war wirst du dich mit mich fragen müssen ja genau aber du holst die Sachen nicht die du holen solltest na aber du hättest mich fragen wieso ich konnte ja nichts mehr holen haha alter ganz ehrlich ihr Lieben wenn das jetzt schon so chaotisch ist auf der leichtesten Stufe dann will ich nicht wissen wie sich das nachher noch haha hoch macht ich würd sagen jetzt lauf ich schon wieder ey dieser Controller deswegen hing ich eben im Wald ich würd sagen wir machen noch hier diese äh das fünfte Level und danach machen wir dann mal einen kleinen Cut auf geht's scheiße wo bin ich ich bin rechts ich bin rechts äh 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 Rose und Knoblauch Rose und Knoblauch Rose 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 ich kümmere mich um Knoblauch wenn ich den achso scheiße ne der muss mit oh alter sag wo ist das Holz das Holz das Holz müssen wir wieder links ist der Knoblauch fertig ich mach grad Holz ich mach aber erst das ich mach erst das grüne nein mach nein das dauert alles länger das andere die Rose ist doch nicht fertig du sollst den Knoblauch da rein tun ja toll das war zu spät das ist kaputt alles das ist nicht kaputt du sollst einfach nur den Knoblauch also den hab ich jetzt reingetan der Knoblauch ist explodiert ach dann kümmert ach ja das ist ja hier wieder diese ach komm geh doch einfach mal da durch ja aber die Rose brauchen noch wir müssen das andere die sind doch schon lange fertig wieso machst du die denn nicht nein die sind doch nicht fertig deshalb wollte ich erst das grüne machen oooooh ey ich brauch hier nur was wo ich das draufsetzen kann das ist der Nachteil wenn du nur einen Kissel hast Glas, 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 unten, unten, unten äh zwei Blätter brauchen wir jetzt oh lauf, komm ich befürchte allerdings dass wir gleich wieder Dings brauchen Glas, 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 unten, 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 unten ach wir haben wieder kein boah äff dich ganz einfach da liegt noch was ne da liegt nichts mehr mach schneller oh ist das ätzend mit dem Holzhacken hier jetzt schnell warum nimmt der diese die ist wahrscheinlich ich hole uns neues Holz ey irgendwie ist das mit dem ne aufnehmen äh Blatt und Allraune Blatt habe ich hier äh du hol aber schon mal die Rose raus bevor die kaputt geht wieder nein der macht es natürlich nicht oh jetzt Mensch jetzt nimm doch das Brett weg ey ach wir haben kein Holz mach mal Holz rein äh da da unten äh da da unten hä hä was hab ich jetzt das weggeworfen hallo äh rot nein wieso ist das jetzt leer wieso ist das jetzt kaputt was denn äh rosa und Knoblauch rosa habe ich schon hier Knoblauch ist oben drin oder mach ich gerade ich mach schon drehen wir um hol schnell hol schnell glas 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 ich darf nicht anbrennen lassen äh zwei Knoblauch einer Allraune äh zwei Knoblauch wo sind die Knoblauche ah alter die ist voll oben willst du mich verarschen ah ja hier hier oben äh oh ich komm hier nicht durch Mann oh komm schon das schaffen wir das schaffen wir wenn die das aufhebt dann schaffen wir das komm da steht ein glas komm 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 zu mir zu mir zu mir wir haben nicht so viel Zeit oh zwei Blätter als nächstes ein Blätter nicht unten ja ich komm gar mit dem zweiten an oh komm glas 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 schaffste schaffste lauf 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 ey wir sollten das für so eine Partnershow bewerben hier ne besser nicht da brüllt auch die Frau immer und der Mann läuft dann ganz schnell und dann schaffen die das also nicht so diese nicht diese neumodischen Trends ne wo du extra hingehst damit deine Beziehung zerstört ist weil der andere fremd geht oder so ich meine jetzt diese diese poor games ne aber danach danach trennen die sich auch meinst du ja oh juhu vollende Kapitel 1 vollende ja und exzellent haben wir sogar Ängstelenz genau wir haben du wolltest die nächste Pause machen mach ne Pause neues Bonus Level aber ich hab Angst wenn ich mit dem spreche machen wir irgendwie ein Bonus Level dann würde ich sagen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann seht ihr in der nächsten Folge wie verzweifelt wir ja weitermachen bis dann Ciao Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich wurde vorgestellt, ob ich nicht das folgende Spiel... Ich bin so dämlich. Ich wurde vorgestellt. Hab in die Autos. Bin ich im falschen Film? Ich war schon einen Satz weiter. Genau. Ich frage mich nicht zum Lachen, dann wird das nichts mehr. Üben wir das nochmal. Du hast noch ein bisschen Zeit, du kannst noch ein paar Mal üben. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.